Deswegen habe ich mich jetzt für... Immer das Gleiche. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt heute nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder einen Damn-Haul von mir. Nachdem ich gerade eben vorm Einkaufen bei der M zurückgekommen bin und mir dachte, irgendwie hast du schon ganz, ganz lange Keilen mehr gedreht. Und nachdem ich jetzt gerade einen Haufen Zeug, wie ihr gleich sehen werdet, nur mal eben kurz bei dm besorgen wollte, dachte ich mir, warum drehe ich euch nicht gleich auch einen Haul davon ab? Und deswegen würde ich sagen, bevor ich jetzt noch weiter quatsche, zeige ich euch gleich mal die Sachen, die ich gerade gekauft habe. So, ich würde sagen, ich beginne jetzt gleich mal mit dem Hauptgrund, warum ich überhaupt zu dm gefahren bin. Und zwar war das Trockenshampoo. Davon habe ich mir gleich zwei Stück mitgenommen. Und zwar, wie sollte es anderes sein, die von Batiste. Das sind meine aller, allerliebsten. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich fast kein anderes Trockenshampoo verwende. Und mein Trockenshampoo war leer und das schon seit ein paar Tagen. Und ich kann einfach nicht ohne Trockenshampoo leben. Deswegen habe ich mich jetzt für... Immer das Gleiche. Und deswegen habe ich mich jetzt für die beiden entschieden. Das hier nehme ich eigentlich immer. Das ist das Fresh. Und irgendwie hatte ich mal wieder Bock auf das Tropical. Und passend dazu habe ich mir gleich den, nennen wir es mal, nächsten Überbrückungsschritt meiner Haarroutine gekauft. Und zwar ist das Babypuder. Ich glaube, die meisten von euch wissen inzwischen auch, dass ich, wenn es mit Trockenshampoo einfach nicht mehr geht, einfach gerne zu Babypuder greife. Weil meine Haare damit einfach wirklich um einiges länger frisch aussehen. Und ich es inzwischen auch schaffe, nur noch ein bis maximal zweimal die Woche Haare zu waschen. Was ich persönlich sehr angenehm finde. Weil es erstens doch sehr zeitaufwendig ist, ständig Haare zu waschen. Und zweitens, dass es auch einfach nicht gut für die Haare ist, wenn man sie ständig überstrapaziert durch Waschen, Föhnen, Kämmern, was auch immer. Und ja, deswegen ist meine Methode immer, die ersten paar Tage gehen noch so, dann Trockenshampoo und dann, wenn es gar nicht mehr geht, Babypuder. Ich bleibe gleich mal bei Haarprodukten. Und da habe ich mir von Nivea dieses Pflege- und Halthaarspray nachgekauft. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich diesen Effekt hat, mit dem es wirbt. Nämlich, dass es regenerierend ist und eben nicht so schädlich wie die anderen Haarsprays. Aber es funktioniert genauso gut wie andere, die ich verwende. Und wenn es dann angeblich auch noch weniger schädlich ist, dann warum nicht? Ich war damit sehr zufrieden und kann nicht meckern. Es hat alles gut gehalten. Wenn ich mir Locken gemacht habe oder sonst Hochsteckfrisen oder irgendwas, kann ich nicht meckern. Deswegen durfte das nochmal mit. Außerdem habe ich mir von Taft auch noch dieses Hitzeschutz-Spray mitgenommen. Das hatte ich auch schon mal. Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei Hitzeschutz wirklich keine Ahnung habe, welcher davon jetzt wirklich funktioniert oder besser ist als ein anderer. Ich gebe ihn einfach gerne hinein, auch wenn ich meine Haare föhne und eben erst recht, wenn ich sie glätte oder Locken mache oder sonst irgendwas. Und ja, er funktioniert, denke ich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie großartig geschädigter sind als bei anderen. Auf der anderen Seite habe ich auch nicht das Gefühl, dass er jetzt so viel besser ist als alles andere, was ich ausprobiert habe. Aber ich denke mir eben, ja, bevor ich gar keinen Hitzeschutz reingebe, dann eben den, der erste, der mir so in den Weg kommt. Dann habe ich mir vom NYX-Stand diesen von den Lingerie Lipsticks mitgenommen. Das sind ja diese Liquid Lipsticks, die dann matt werden. Und genau den habe ich auch auf meinen Lippen. Das ist die Nummer 04 Ruffle Trim und ist einfach ein total schönes Nude. Was mich persönlich sehr an Velvet Teddy erinnert, allerdings ist Velvet Teddy bei mir noch ein bisschen orange-stichiger auf den Lippen. Das ist eher bräunlich. Und ich mag die Farbe ehrlich gesagt sehr, sehr gerne. Die Lindery Lipsticks, von denen habe ich jetzt schon ein paar, halten bei mir auch wirklich, wirklich gut. Selbst ohne Lip Liner. Und wenn wir schon bei Lip Liner sind, da habe ich mir auch einen geholt. Allerdings jetzt nicht zwingend passend zu dem Lippenstift, sondern einfach, weil ich die Farbe auch total schön fand. Und zwar ist das auch von NYX die Farbe Peekaboo. Die hatte ich schon mal. Ich habe absolut keine Ahnung, in welchen Gefühlen der herumfliegt. Wahrscheinlich in irgendeiner Handtasche von mir. Aber ich fand die Farbe total schön. Das ist einfach so ein sehr neutrales Rosa, was meistens sehr, sehr unauffällig auf den Lippen aussieht und ehemals hätte man eigentlich fast nichts oben. Das passt sehr perfekt zu meiner Lippenfarbe und deswegen habe ich mir den einfach nochmal geholt. Apropos nochmal geholt. Ich habe mir auch von Essie diesen Topcoat wiedergeholt, weil ich den einfach richtig cool finde. Nicht nur in Kombination mit den Essie-Nagellacken, sondern auch einfach mit allen anderen Nagellacken. Ich habe das Gefühl, egal über welchen Nagellack ich diesen Topcoat gebe, der Nagellack hält einfach um ein vieles länger. Es ist egal, ob das jetzt Catrice oder Essence oder Essie ist. Es liegt einfach dann am Topcoat, wie lange der hält. Und deswegen dachte ich mir, bevor ich mein Geld in alle möglichen farbigen Essie-Nagellacken stecke, weil die bei mir einfach am besten halten, kaufe ich mir einfach den Topcoat und schmiere den über alles andere drüber. Weil wenn es dann genauso gut hält, wie wenn ich ihn über einen Essie-Lack gebe, dann kommt es mir im Endeffekt billiger, wenn ich einfach den Topcoat habe. Und weil ich eben zu geizig war, mir von Essie einen Nagellack nachzukaufen, den ich unfassbar liebe, nämlich Mademoiselle, habe ich mir einfach einen ähnlichen von Trended Up geholt. Und zwar ist das so ein Base-and-Protect-Coat. Und der ist eben so leicht durchsichtig mit so ein bisschen Rosa, sodass es halt so ein bisschen nach so einem French-Nagellack aussieht. Und der Mademoiselle von Essie hat eben so diesen wunderschönen Effekt von ich habe ja eigentlich gar nichts auf den Nägeln, es sieht total natürlich aus, aber es ist halt schon ein bisschen was oben. Und es sieht einfach rübscher aus, als wenn nichts auf dem Nagel ist. Und ja, aus purem Geiz wurde es jetzt der hier. Außerdem nachgekauft habe ich mir den Babyskin von Maybelline. Das ist so ziemlich der einzige Primer, den ich wirklich regelmäßig verwende. Auch wenn ich oft genug vergesse, Primer zu verwenden. Weil wenn ich mein Gesicht eingecremt habe, bin ich froh, wenn die Creme endlich eingezogen ist und ich einfangen kann, mich zu schminken. Dann auch noch zusätzlich Primer aufzutragen, das ist dann bei mir immer so eine Frage der Zeit. Meistens ist die nicht vorhanden, deswegen vergesse ich ab und an darauf. Aber der gefällt mir wirklich gut. Ich habe das Gefühl, dass es meine Poren wirklich ein bisschen verfeinert und dass das Make-up einfach ein bisschen besser mit der Haut verschmilzt und das Ganze optisch einfach ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Und als allerletzte dekorative Kosmetik-Sache habe ich mir dann von Trinit Up dieses Puder hier nachgekauft. Das ist das Skin Supreme Compact Powder. Hatte ich auch schon mal. Habe ich, glaube ich, auch in ein paar Videos verwendet. Was ich zum Beispiel an diesem Puder praktisch finde, dass es auch einen Spiegel hat. Das hat nicht jedes. Und wenn ich in meiner Make-up-Tasche noch zusätzlichen Spiegel immer rumschleppen muss, ärgert mich das immer extrem. Deswegen finde ich Puder mit Spiegel immer mehr als praktisch. Okay, eine Sache habe ich noch vergessen, wobei ich da nicht sicher bin, ob das dekorative Kosmetik ist. Eigentlich eher nicht. Das ist so eine Grauzone irgendwo. Und zwar ist das von Swiss Opa die Augenbrauenfarbe. Und ja, es ist dekorativ und es ist Kosmetik. Aber es ist ja nichts, was man wirklich regelmäßig anwendet. Deswegen, egal, ich habe nichts gesagt. Das ist die Augenbrauenfarbe in Braun. Und es ist auch Wimpernfarbe. Allerdings bin ich zu doof, alleine bei mir Wimpern zu färben. Deswegen nehme ich das mal nur für meine Augenbrauen. Und dann gehe ich mal weiter zu Pflegeprodukten. Und da habe ich mir von EOS die Body Lotion in Berry Blossom geholt. In dieser kleineren Packung, obwohl ich eigentlich die große haben wollte. Gab es natürlich nicht, aber das ist auch okay. Und ich liebe diesen Geruch. Er macht mich regelrecht süchtig. Das ist ganz schlimm. Ich habe das bei einer Freundin ausprobiert und war total begeistert. Erstens vom Geruch, zweitens auch von der Wirkung. Es zieht nicht ganz so schnell ein wie andere Body Lotions. Aber ich finde sie trotzdem ganz cool. Ich weiß, EOS steht bei vielen Leuten immer so in der Kritik. Und ich persönlich war auch kein besonderer Fan jetzt von den Lip Buns. Aber ich dachte mir, ich probiere trotzdem einfach mal die Body Lotion aus. Weil es ist ja irgendwie auch ein anderer Anbindungsbereich. Und wenn es funktioniert, dann ist es ja gut. Von Nivea habe ich mir dann noch dieses Duschgel hier gekauft. Und zwar ist das Lieblingsdusche Sonnenkuss mit Aloe Vera Milch und Sternfrucht Duft. Das ist eine von den Limited Editions. Allerdings gab es davon nicht mehr sonderlich viel. Also es kann auch sein, dass die jetzt langsam wieder rausgeht aus dem Sortiment. Ich fand aber den Geruch richtig angenehm. Und bin schon sehr gespannt damit zu duschen. Ich mag generell die Duschgels von Nivea total gerne. Die sind immer so angenehm samtig auf der Haut. Ich genieße es immer total. Und ebenfalls für die Dusche habe ich mir auch noch einen Rasierschaum geholt. Ebenfalls eine Limited Edition. Allerdings von Balea. Und zwar ist das das Peach Love Rasiergel für empfindliche Haut. Mit einem Duft von Pfirsich und Zitrone. Ich fand die Verpackung extrem süß. In diesem Hellrosa. Und ich kann leider nicht dran riechen. Ich kann jetzt, da es ja mir gehört, auch mal drücken. Das war viel. Zu viel. Riecht, wow, riecht unfassbar gut. Das riecht ein bisschen so wie, oh Gott, wie heißt das? Wie diese Pfirsich-Haribo-Dinger. Genauso riecht das. Ja, ist Rasiergel. Also süße Verpackung. Ich bin ja ein absolutes Verpackungsopfer. Das mache ich jetzt damit. Wir kommen langsam zum Ende. Juhu. Und ich habe dann noch von Balea das Micellenreinigungswasser für jeden Hauttyp ohne Parfum. Das ist dieses Hellrosane hier. Ich hatte früher mal das Lila, ne? Und ich glaube, das hier hatte ich noch nichts. Glaube ich. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es leider sogar wirklich gar nicht. Aber ich bilde mir ein, dass ich das noch nicht hatte. Und deswegen wollte ich es ausprobieren, als ich es jetzt gerade gesehen habe. Ich weiß nicht, ich probiere gerne diese Micellenwasser aus. Die benutze ich meistens nicht wirklich zum richtigen Abschminken, sondern einfach, um die letzten Make-Up-Reste vom Gesicht zu entfernen. Und ja, ich war mit dem Lila dann eigentlich immer ziemlich zufrieden. Deswegen bin ich gespannt, wie das Rosane so ist. Ich habe nur manchmal bei Denken bei diesem Für-alle-Hauttypen, weil meine Haut manchmal ein bisschen, ja, eine Mimose ist. Aber was soll beim Micellenwasser großartig schief gehen? Außerdem habe ich mir von Rexona das Cotton Dry Deo nachgekauft. Das ist eigentlich so das, was ich im Normalfall immer habe. Einfach, weil ich die Größe für die Handtasche extrem praktisch finde. Deswegen kaufe ich immer meistens die, weil ich habe dann immer was zu Hause stehen. Und wenn ich doch mal irgendwie weg bin, kann ich es auch kurz in die Tasche schmeißen. Und das ist nicht so ein Riesending irgendwie. Ja, ich mag den Duft, ich mag diese frischen, blumigen oder, keine Ahnung, es gibt ja alles Mögliche an Deos, die so extrem stark riechen. Das mag ich irgendwie gar nicht. Ich mag sowas ganz Dezentes. Und nicht irgendwie Vanille oder Frucht oder keine Ahnung was. Das ist so eine Phase hatte ich auch mal ab und zu. Hole ich mir sowas auch, aber für den Alltag mache ich eigentlich das am liebsten. Und von Balea habe ich mir dann noch einmal diese Cremeseife mit Milch und Honig geholt. Einfach für mein Badezimmer. Zum Händewaschen. Und weil ich das irgendwie dazu ganz süß fand und bei meiner Cousine zu Hause gesehen habe, dieses Handmus hier wollte ich mir auch unbedingt holen in Blütenzauber mit Avocadoöl und Aloe Vera. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen so eine Handcreme für danach, nach dem Händewaschen. Ich werde es einfach mal neben meine Seife stellen und gucken, ob ich das überhaupt verwende. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich finde es ganz cool. Und sonst landet es einfach auf meinem Schreibtisch oder sonst wo, wo ich es wirklich verwende. Wer mich kennt, weiß, dass das nächste Produkt etwas ist, was ich so gut wie in jedem DM-Hall zeige. Und zwar ist das von Ebelin, dieser Nagellackentferner in Aceton frei. Mit diesem Pumpspender hier, den ich sehr, sehr praktisch finde. Das ist der beste Nagellackentferner für mich persönlich. Ich empfehle den immer weiter. Also, wenn ihr den noch nicht ausprobiert habt, versucht es unbedingt. Und wir sind schon bei den allerletzten zwei Produkten, die eigentlich sowas von überhaupt nicht zusammenpassen. Und zwar ist das zum einen von Compete. Das sind so Blasenpflaster in einer Limited Edition, glaube ich. Also ich habe es zumindest noch nie in diesem Muster hier gesehen. Und zwar sind das fünf Blasenpflaster für die Ferse, weil das die großen sind. Und auch wenn ich die nicht immer nur auf der Ferse trage, ja, so ganz kleine bringen meiner Meinung nach auch gar nichts. Deswegen, ja, kaufe ich mir gleich die großen. Die sind am praktischsten. Und zu guter Letzt habe ich mir dann auch noch so eine kleine Dose von Nivea gekauft mit Hautcreme. Beziehungsweise, das steht für Gesicht, Körper, Hände, alles einfach, ja, Hautcreme. Gut, ich wollte eigentlich Gesichtscreme sagen. Es ist eine Hautcreme. Die ist praktisch zu mitnehmen. Ja, ich dachte, sie wäre offen, aber nein, ist sie nicht. Das ist einfach eine weiße Creme, die für alles mögliche verwendet werden kann. Ob jetzt Bodylotion oder fürs Gesicht, vorm Schminken. Ich benutze die einfach für alles. Ich nehme die auch meistens auf Reisen mit, weil sie nur 50ml hat. Und ich die meiste Zeit nur mit Handgepäck reise. Und ja, das ist einfach eine Creme, die ich schon seit Jahren verwende und mir mal wieder nachgekauft habe. So, und das war es dann auch schon mit diesem Video hier. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wann ihr zuletzt bei der M-Bart beziehungsweise was das letzte Produkt war, was ihr bei dem gekauft habt. Ihr findet dann hier seitlich zwei meiner letzten Videos. Und da unten könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!